Hier kommt die unbequeme Wahrheit über den bekanntesten ETF, den MSCI World. Erstens, mehr als die Hälfte des investierten Geldes fließt in die USA. Zweitens, er bildet nicht die komplette Weltwirtschaft ab. Drittens, Schwellenländer sind nicht vertreten. Setze also niemals alles auf den MSCI World und finde in der Caption 3 ETFs, die dein Risiko minimieren und deine Rendite steigern können.